so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge keine verschiedene alles nass hier, alles nass äh, ets 2 achso, äh, da, let's go der Domino-Stein fällt doch fast um allein vom angucken fällt der dich schon um Siaaa Siaaa Siaaul 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 Wow äh der Rieb aber der Rieb aber letztens nicht so heftig, oder? holy shit, boy that's really fucked up wow wow, alter wow no, der, 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 der Donners ist nicht so heftig holy shit, alter hmm hmm da hat das schon ein ordentlicher Ring, ja heftig so ne lass uns loslegen ne ne bitte rechts halten am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen nimm diese Ausfahrt äh halt, bitte was macht die Ratter, äh, die Hand da beim Rückspiegel please start it ja, so klebe ich auch grad an der Windschutzscheibe ähm ähm what has happened what has happened ja gut das ist natürlich äh äh, aua, aua aua ähm äh dabei hat doch die Fahrt zu Hamburg angefangen ich hasse Regen Problem ist, wenn wir uns jetzt abschleppen lassen nicht abbrechen äh, da es wird alles kacke 1000 Euro ach, dauert zwei Stunden nach Talin nach Talin wo ist ein Teil warum kann man sich nicht ausrufen, wenn man vorhin mal abgeschleppt werden möchte ah Talin ist da, wo wir grad herkamen äh, wo, wo, wo ist die Werkstatt hier ist gar keine Werkstatt oder whatever, I guess Route neu berechnen Deine Mutter neu berechnen ah, ah, ah der Regen vorbei und so, wo sind wir jetzt überhaupt da hinten die achso ist da auch noch Talin ich dachte das hier ist schon die Palpalpapapa Parapon ähm na dann Wartung hat er auch Frachtschaden bekommen natürlich Oh, Regenambient ist eh vorbei. Oh, Regenambient ist eh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer geradeaus. 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 Achso. Kannst, kannst, kannst ruhig weiter, Junge, ich will da nicht. Bitte. Kannst ruhig bleiben, Roni, kannst ruhig bleiben, kannst ruhig bleiben. Warum verliert er hier nicht? Oh mein Gott, ich bin alles klar. Das ist der Tetlerfahrer da vorne. Alles deine Schuld. Arsch. Schon wieder rot. Warum diese? Bitte. Oh. 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 Wie geht's die? Oh. Oh. Wow. Oh. 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 Das war's. Ich glaube, ich fahre mal nach rechts, dann können wir da auch ein bisschen Schrecke erfunden. Das ist eine neue Route. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bis zum nächsten Mal. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Oh, my god. Oh my god. Oh my god. Das fängt an mich zu solchen Manövern in der Kameraposition. Das sieht der irgendwie so lebensmütter. Der hat doch Lack geschossen. Was ist das? Das war's für heute. Immer geradeaus. Sie wollen mir so nahe stehen müssen ey. Gar keine gute Kameraposition. Verpönt was da? 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 Verpönt was? Verpönt was? Verpönt was? Verpönt was? Mit 16 Stunden. 5 Stunden nochmal pennen, ok. Ich glaube wir skippen die Nacht. Wir sind jetzt erstmal halb auf der anderen Spur, geil! Wir sind erstmal halb auf der anderen Spur, geil! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Das war doch jetzt. Bitte rechts halten. Immer geradeaus. Ich hoffe, wir bekommen viel mehr Geld als wir angefangen haben vor drei Folgen. Ich schiebe es mal auf die Republikaner. Die sind immer schuld. Gut, das soll es mit der Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.